I am back again und wir machen Welt 2,3 mal sehen was uns hier so erwartet Grinsewald, hey den gab's ja auch bei Machen Luigi den Grinsewald Sieht aber irgendwie mehr 2D aus, hey was sind denn das für Dinger Was ist da drin, oh wartet Okay da, Nose, okay die sind, nein, 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 die können ganz schön nervig werden glaube ich Okay und das ist glaube ich nur da, um da raufzukommen oder vielleicht irgendeinen Schalter oder so gefunden Keine Ahnung, mal sehen, ich hab's vergessen, ich hab das Spiel jetzt lange nicht mehr gespielt Oh, Blumen, okay Was, oh shit, diese Dinger da Die sind ja voll gefährlich Wow Na toll So Du, das ist schei-geist Ich hoffe da hinten sind dann nicht solche Viecher, weil die, die nerven mich schon Okay, die Hälfte haben wir mal Yes Na toll, gerade 30 Sterne und dann sowas, ja Können wir hier rein Nein So, was sagst du Nicht verzweifeln, diese Mauer kannst du mit einem Alter schmettern Ach wirklich Ich habe immer noch Super Mario World im Blut Was habe ich gemacht? So, komm her Ich will meine Eier voll haben Komm schon Dann halt nicht So Und jetzt Hey, cool Sterni Diese blöden Fledermäuse Schon wieder irgendwo liegen Viele Viecher, die mich total nerven Und dann wieder diese Dinge, die einfach zerquetschen So Aha Aha Und was hat uns diese Minze jetzt gebracht? Super Baby Hey, wartet So, okay, schnell wieder zurück Warum war da ne rote Minze? War das, weil ich die Fledermaus vernichtet habe? Oder hat mich das getäuscht? Können wir da jetzt wieder rauf eigentlich? Okay Ich will nämlich wieder den Stern haben, denn als Super Baby ist es ja viel lustiger so Lauf Super Baby Da gibt es irgendwie keinen zweiten Stern oder wie? So, geht mir mal in die Röhre rein Okay, da würde ich normalerweise gegen da rauskommen, wenn ich Ja, wenn ich halt nicht alle Eier hätte Die man so als man braucht Das war irgendwie ein kranker Lacher so Nein, 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 nein So kann das doch nicht sein Komm her, blöde Fliedermauser Ah, das ist um da rauf zu kommen Okay, wartet Du bleibst jetzt mal hier Nein Dann halt nochmal Geht auch so Aha, toll Das haben wir wieder mal gut gemacht Gut gemacht So Leck Hey, geil So Nein Nein, nicht sagen Wir kommen da jetzt nicht mehr rauf Nein Nein Oh, ein Schalter Ah, okay So So, wir haben ein paar Eier Und da unten ist so ein riesiges Monster Oh, und das leckt Irgendwie total Prämlich Okay Okay, wartet kurz So Es leckt immer noch Okay Liegt das an der Raum oder so So, okay Jetzt sollte es gehen, ja So Wir haben hier alle Münzen Und Gehen wieder rauf Für Wir mal, dass das jetzt wieder normal ist Ja gut Das ist wieder alles da Aber irgendwie müssen wir hier rauf kommen Und das war glaube ich Nicht so doll Frassi, frassi Oh, da kommt ja noch einer So Jetzt ist aber mal genug So Jetzt sollte es aber gehen So Die Münzen brauchen wir nicht Denn wir sind cool So Was, das sind nur Münzen Wahrscheinlich auch noch irgendwo versteckte Solche Äh Wölkchen So Komm Ich will noch ein paar Eier auf Vorrat Wupp Wupp Was habe ich getan Ach Unten geht es glaube ich schneller Weil da kommen immer zwei gleichzeitig So Gut Rauf Husten Ja Mein Husten ist wieder schlimmer geworden Weil ich war jetzt die letzten Paar Tage in München Mit der Schule Da ist mein Husten Irgendwie wieder Schlimmer geworden So Okay Okay Mg Yoshi So Noch eine Melone auf Vorrat Heiße Melone gefällt mir Nein Maroni Aber Sehr egal Ist 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 Egal Verwandle dich in ein Will Yoshi Schlimmer Oh Warte Ah da kommen wir als Maulwurf zum Schlüssel hin Mal sehen was hier sonst Ah da kommen wir wieder hoch Und hier muss doch irgendwo ein Schalter sein der diese Strichblöcke hier aktivieren kann oder Keine Ahnung Ah nein Das ist ja als als Baby Mario stimmt Okay Säger Als Super Mario eben So Und ich werde wieder mal ein Maulwurfroboter Keine Ahnung Ich hole lieber mal ein Schlüssel Oder ist das eine Falle Oder können wir hier eh so durch Cool das geht doch eh So Nein aber hier können wir nicht weiter Und hier nicht rauf Gut Nein nicht gut Da weiß ich Können wir nur hier rauf So Ach So Ähm Ist wenn ich hier gewesen Toll